Oh, da ist kein Hacken. Ist gut. Wieso ist hier überhaupt dieses scheiß Feuer? Ich weiß nicht, ob man... ich glaube nicht, dass man so rüberkommt. Ich weiß auch nicht, ob man dann unten lang kommen würde. Aber ich denke, dass wenn man... naja, irgendwie wird da wahrscheinlich so eine Art Strand sein und irgendwie würde man wohl hochkommen, denke ich mal. Auf die andere Seite ist er. Ich glaube, man muss hier runtersegeln. Ich weiß es auch nicht. Ich denke, ich weiß nicht, dass wir so weit fliegen können. Hm. Oh, 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 ich glaube... Ja. Wir müssen einen anderen Fink nehmen und da waren wir schon oben, hier rechts oben, auf diesen Bergen. Guck mal, da oben ist so eine kleine Brücke. Siehst du da, wo der Wasserfall ist? Auf der linken Seite. Da müssen wir irgendwie durch. Grundbuch. Das ist es... Da laufen auch welche. So, da... 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 hier... hier, hier rum… Da muss irgendwo... das geht nicht, wenn das Thomas sehen muss man kann den Turm hier hoch guck mal, die springt von dem Turm runter ich habe gerade einen gesehen, der hat einen Haken benutzt vom Turm und jetzt ist er da jetzt sind die da oben muss man irgendwo auf den Turm kommen ja, da kann man doch hochlaufen ok mh, der ist aber ganz schön hoch sooo ja, da ist ein Haken jetzt, ich mag ihn hier tschuuu tschu 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 guck, und da kommt jetzt Wasserfall, dann kommt da ein Weg mh, ja süßte ach, das ist das, ja, hier war mich tatsächlich schon mal, wo die Tornados sind und so ja also einfach aufmountain und durch hier runter? oh ja, ich war gerade angegriffen, ich kann jetzt nicht so lange gucken, ich bin einfach weiter jetzt oh gott ich, boah, genau also irgendwie vor uns wär das Gebiet ja, meine ich müssen wir nicht hier runter, da wo ich bin wo du bist, weiß ich gerade nicht nee, wir müssen noch ein bisschen weiter auf der Karte ist das vor uns ja aber ich seh das, da oben ist ein Flugpunkt ganz oben, ich... da müssen wir... wie kommt man da hin? oh man ey ich bin auf der neuen Gängste und da nicht, dann kämpfen wir ja, ich hab das schon verwendet, wie auf dem kleinen ok ähm, ja äh ähm ähm äh äh ähm da wo die Fackeln sind für ein Glück willst du rüberfliegen oder? ich weiß nicht rüberfliegen ist gut das Torumshorn ich habe das entdeckt was? rafrafrafal oder wie? rafrafal oder wie? rafrafal rafafal rafafal Gott ist das eng hier wie so wie ganz vorne, keine Wunschwein ja bitte was war denn? ich bin dort ja das sehe ich wie kam dies zustande? ja, sterben ach so, tot durch sterben ok ich bin da genau dahin wo du gesagt hast dass man dahin soll schaffst du es nochmal oder? ich komm nicht zu meiner Leiche weil die Leiche irgendwo oben ist oder hier ist es bitte 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 Ja, ich kann ihn nicht mehr. Ja, ich kann ihn nicht mehr. Okay, bitte. Ja. ja was denn bist du ich bin den weg hoch über den kippen und alles da wo wir gerade standen und du meintest man soll da hin da bin ich dann hingeglitten da bin ich den Weg gefallen scheiße hier sind nur Elite Riesen und hier ist das Gebiet und hier sind die Sachen die wir bitten müssen ja und freuen wir dich Flugpunkt und wir haben das abgesprochen und jetzt bin wir dahin warte ich hier auf dich na gut dann hole ich erstmal den Flugpunkt ja ich komm ja nicht hoch jetzt hab ich halt nicht st müssen wir jetzt um mir nur gut also das ist einfach nur ein verschissener führpunkt irgendwie kann man hier runterlaufen pass mal auf, ich laufe hier runter versuchen wir mal den Weg zu merken ich glaube, dann kann man nämlich von denen so auch wieder reinlaufen ja, wir sind hier ja, wir sind hier au auch wenn ich wüsste wo ich bin oh Mann was ist das denn ich bin so ganz am Rande siehst du das ich kenne ach Gott scheiße weißt du wo ich bin bei den verkackten ordnern schnell rein da schnell rein ich komm doch nicht ich will aber auch nicht mehr raus ich glaub danach muss ich oh don't trust me ich glaub danach muss ich irgendwie den steinertal herannehmen und dann nochmal fliegen oder so so ein scheiß alter ich dachte mir was sind denn das für Viecher da und dann sehe ich da diese scheiß Hordebanner ne ich bin außer Reichweite ich bin außer Reichweite das coole ist wir sind noch erholt gibt es also noch relativ viel EP jetzt mhm der kennt ihr schon alles oder was ich weiß nicht ja ja stimmt auch 110 oder so alter das ob ne 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 tot oh da liegt noch einer mhm was mich aber immer noch stört das ist so wenig Loot gibt na das war ja schon seit ne ja und da hat's mich auch schon gestört was ham die nichts anderer äh das ne hab ich mal ahnung effekte das klang grad witzig ham die ihm geht weg ich muss esculo nach ja w er ist 78 warum Ein... ein... Gegner. Ich bekomme Schaden. Wie zäckert sein. Hm, sie ist ganz süß. Oh Gott. Ja, okay. Worte. Menschen verändern sich. Süß. Mieter Katze. Ja, was denn? Oh shit. Ich weiß nicht, ey. Was dir nicht zu tun? Zu mir, ich weiß ja gar nicht, Mieter Katze. Ja, aber wie viel ist das? Süß, also... Das war ja, äh, sarkastisch für mich. Ich krieg hier, äh, ständig Betäubung ab. Ich weiß nicht, wie viel ist das, was ich sagen wollte. Nee, ernsthaft, ich wollte gerade was sagen und dann, tup, alles entfallen. Ja, ja, komm, ich war nicht. Alter, scheiße. Oh, Mann, wo man hingeht. Oh Mann, wo man hingeht. Ich denke, es ist tot, ach du scheiße. Ja, dann... Ich hab noch was gepult, ich hab noch was gepult. So steckt doch alle. Oh, toll. Das war klar. Cool. Du bist der bessere Jäger, ne? Ich? Wieso? Ja, du pulst immer alles. Ey, da... Och, alter. Liebster. Ja, war klar, ey. Was war klar? Dass wir wegen dir sterben. Wieso, ihr seid gestorben, weil der Tank scheiße ist? Nee, weil du alles gepult hast. Ich hab doch gar nicht alles gepult. Hast du eben gesagt? Ich dachte, oh, eventuell... Könnt sein, wenn du das gepult hast. Oh Gott. Ah, ich brauch Futter. Pff. Was ist? Hm? Das ist ganz genau. Ich will ja mal pritagieren. Ich will nur, wie ich das Geld von dir wiederbekommen. Ja. So. Alle fertig. Ready for take off. Ich bin außer Reisweiter. Nee, der ist gut. Ja. So, das war ich nicht. Nee. Nicht. Aller Tag ist schon wieder tot. Glaubst du es? Oh Gott, ey. Aber ich halt dafür auch gleich. Juhu. Die Instanzgruppe verlassen. Der Tank ist doch scheiße, Alter. Ich bin gleich tot. Ich gehe auch gleich raus. Wenn ich noch mal sterbe, gehe ich raus. Ich blöde hier, ey. Alter. Dafür haben wir jetzt über eine Stunde gewartet. Der Knaller, Alter. Nee, kann man jetzt gerade, haben wir was falsch gemacht? Oder ist der Tank? Du siehst nicht. Ja, wenn der Tank stirbt, dann ist der Tank. Du siehst nicht. Wie kann man so schnell sterben? Ich weiß nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht auf den Heilergarten. Oder der hat ja nicht gewartet, bis alle da sind. Das auch. Geht schon dran. Und da waren so viele Bodeneffekte, die betreiben dann diesen Bodeneffekt nicht. So. Wir haben ja immerhin jetzt nun... Was ist das? Von Egwin. Das ist ein gutes Zeug. Ich gebe hier nur das ganze Gold, was ich hier... Bis jetzt... Es ist euch jetzt schwer, wenn er sich hinter den Felsen stellt. Meint ihr den Tank, oder was? Ja, der wird jetzt weg. Aha, da ist einer auf Folgen. Cool. Bei mir. Ja? Hey, das ist ein gutes Zeug. Kann ja auch gegen einen Baum laufen. Das ist der Heiler. Ja? Ja, don't trust me ist der Heiler. Gut. Oh, das ist so. Oh, wo geht's lang, Fank? Oh, Gott. Ja, okay, ja, gut. Jeder ist mal zum ersten Mal drin. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich scheiße, wenn der Tank das auch nicht weiß, ne? Ah. Ah, wenigstens sind wir nicht nur die größten. Ach, wir kämpfen schon. Jep. Ich war hier schon mal. Schade. Was, schade? Achso, nee, ich wollte das Brüllen unterbrechen. Eiter, Pelz-Grizzly. Stell dir mal vor, du hättest so ein Tier in der Größe. Manche werden nicht... Oh, der Kirscht hat einer... Da glaubt mir einer die Sachen. Ah, der scheiß Ergwin-Typ. Was soll diese scheiße, alter? Aber im nächsten Mal muss ich aufpassen. Schip, 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 schip. Siehst du, überall... Oh, Hänger! Ja. Leute, ich muss kraschnen. Ey, mach jetzt mal keinen Scheiß hier. Wie zu scheiß, ich will auch das Leder. Wie so nimmt er einfach sich alles, echt? Schnell, Johanna! So, kraschnen, schnell. Wir kämpfen doch. Siehst du, der klaut alles. Der klaut alles. Mein Gott, Alter. Alles? Alles gut? Alles gut? Das ist ein Problem. Genau was? Nee, pfff, hey. Schlag mich nicht. Bitte, großer Mutter. Ja, ich hab das von dir wissen. Was ist das? Baa, wieso? Bläh, wau auf, Mann. Ja, ist das von dir. Ich glaub, man soll die Ollen vielleicht zuerst wegmachen, dann wär's vielleicht besser. Ja? Wie, hab ich da so ein Gefühl, irgendwie. Okay, dann. Ich finde, man soll die, die alte, die zwei alten, die da sind, die man erst wegmachen. Äh, meinte ich ja. Weil die machen diese Bodeneffekte, glaub ich, oder? Ich weiß nicht. Nee, ich meinte ja auch, dass die zuerst weg sind, die Schraubels. Nee. Das tut schon, wie ich das glaube, der Bodeneffekt. Aber da war eine Kugel oben eben. Eine Kugel, was für eine Kugel? Ja, die diese Bodeneffekte nimmt. Ja, aber ich glaub, die beschwören die, der Gibmann, oder? Der Kugel. Äh, wohl endet hin. Achso. Der Kirsch, ne? Glaubst du, ihr seid Kumpel? Ich mach die alte jetzt. Ich freu mich, wieso, ich so wenig, äh, Schaden machen. Ich weiß es nicht. Okay. Wieso weißt du es nicht? Woher soll ich das denn wissen, warum du so wenig Schaden machst? Vielleicht mach ich mal irgendwas schneller, oder, du, weiß ich nicht, oder hast irgendwie der Artefakt noch nicht, äh, aufgewertet, oder so. Nicht genug Artefakt macht, oder so. Frank, du darfst nicht hier kurschen, denn du sollst arbeiten. Oh. Scheiße, was macht mir das denn echt? Siehst du da Augen, wenn, wenn diese Bodeneffekte sind, da, sind da Augen so cool. Nee, ehrlich gesagt, hab ich da gar nicht ganz hingeguckt. Aber wird schon sein, wenn du sagst. Nein, nein. Augen so, ich bin... Geh, geh, geh. Aller in den Rüllen. Und dann kommt mir ganz schön hier. Weiß ich nicht. Ist das noch ne alte? Ja Rrrrrrrr Rrrrrrrr Rrrrrr Ich glaub ich hätt fast was gepullt diesen Grizzleder, ne? Und nur fast weil ich so nah ansprungen bin Ich bin nicht mehr erholt Toll Ja verzieh dich meine Haut Also wir haben noch keinen einzigen Boss weggeballert Ich hab jetzt irgendwie hier angegriffen Kick mal die Verzweiflung Da ist ein Wasserbeer Weiter Pilskrieg Oh ich komm Oh ich komm Rumpst die Bumpst die sind wie lange unter Witz hier Und da ist... das ist ruhig erst der Anfang Oh ich seh grad wie... oh 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 das wird noch bald gedauern hier Ja Ja Ist einer gestorben? Nee er meinte der Heiler soll man Ruhe regenerieren Ganz chillig echt Wir haben die Zeit Wir haben die Zeit Alter dieses blöde Vieh Äh... effekt Ja so ihn das mal Ach du meinst den Mob hier Ja Ja Was hast du denn? Den Tänkel Ja Bläser strahlen Hallo Mhhh Ich muss zuerst etwas anvisieren Das sieht ja wie ein Rittermeiter Scheiße Du bist aber auch mal da wo... ähh... Äh... Ich wittere den Albtraum in eurem Blut Oh oh Stürb den Zorn der Natur Entweir Und das ja der Boss der Welt... Was heißt denn Entweir? Jemand der etwas entweit Ähh... es gibt ja Äh... wenn etwas geweintes ist dann ist ja heilig irgendwie ne Und jemand, der etwas entweiht ist, wenn etwas sozusagen heilig ist Und der kommt dann und beschmutzt das mit seiner Unheiligkeit Die Bäume stören Einbruch der Nacht, geh weg, du irgendwo hin Oh, 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 oh Was ist denn ein Albtraum? Ich bin wieder einbruch der Nacht, was ist denn das immer? Wenn die Hülle weg Die springen hin und her, das nacht Ich muss näher, ich werde aus dem Albtraum ausgreifen Ja, das nimmt er wirklich so ein bisschen mit seiner Ruheflatter hier hin Ja Wo? Wo? Was ist denn? Was? 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 Genau so sieht's aus Oh! Ich denke ich ja, die ging aber schnell, ich hab' was bekommen Oh, die zieh' ich mal sofort an Oh! Oh! So traurig mal besser als so das wird Oh! Oh! Ich hab' drei Wüßler Nur Nur Die wimmelig erwischt! Oh! Oh! Vielen Dank.